Hallo liebe Hackathon-Fan-Gemeinde, wir befinden uns hier im Automuseum Volkswagen, genauer gesagt im Bereich der zahlreichen Käfervariationen. Was meint das? Kuriose, witzige, aber auch elegante Sonderkarosserie-Aufbauten auf dem Käferfarbestell. Wie beispielsweise diese Ballonbondel, die ein schweizerischer Käferclub sich hat einfallen lassen für eines seiner Treffen. Oder aber der Käfer aus Bassgeflecht, eines Korbmachermeisters aus dem Erzgebirge. Daneben gibt es auch sehr elegante Modelle, wie das Rommelge-Coupé, das bei der Firma Rommelge in Berlin seiner Zeit entstanden ist. All in diesen Modellen ist gemeinsam, dass sie private Schöpfer haben, die mit sehr viel Kreativität und in Handarbeit die Modelle entwickelt und geformt haben. Sie zeigen, dass dem Ideenreichtum mit dem Käfer bis heute keine Grenzen gesetzt sind. Und welche Idee hast du?